Ein wunderschönes Hallo aus der Fashionstadt Bangkok, denn Bangkok ist genauso vogisch wie wir. Bangkok, die Stadt der Extreme, auch in Sachen Style und Erfindergeist, der absolute Trend, extravagante Handyhüllen, ob Cupcake-Look oder Glitzer, hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Und natürlich dieses Kuscheltier, das Vogisch-Fundstück der Woche. Zurück nach Österreich, da warten schon im Autohaus Rainer, Mazda 2 und CX-5 die neue Vogisch-Flotte. Und auch die bricht alle Rekorde. Der CX-5 ist heute mit seinem Skay-Active schon so umweltfreundlich, wie es andere in zwei Jahren sein werden. Doch auch in Sachen Design beginnt schon jetzt die Zukunft. Wenn man den CX-5 von der Seite betrachtet, dann hat man so das Gefühl, es ist wie ein Jaguar, der so im Sprung ist. Und das ganze Design ist gebaut, dass das Fahrzeug aussieht, als wenn er nach vorwärts will. Und diese Art des Designs wird in Japan Kodo Design genannt. Mühsames Aufsperren? Nein, es reicht, wenn die Autoschlüssel in der Tasche sind. Der CX-5 erkennt seinen Besitzer. Und genau das sind die Details, die diesen SUV so Vogisch machen.